Hallo und herzlich Willkommen bei mir zu Hause zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch was ich schon den ganzen Tag lang mache, also nicht den ganzen Tag lang, ich habe euch teilweise mitgenommen und es ist ein kleines Cook & Clean With Me Video und ich hoffe ihr bekommt von mir so ein bisschen Cleaning Motivation, heißt das bei meinen amerikanischen Kollegen, die ich ja super geil finde. Von denen habe ich mir das ja abgeguckt, weil mich motiviert das immer, wenn ich mir solche Videos anschauen. Ich hoffe euch motiviert das auch und wenn es euch motiviert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren unten reinschreibt. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, bitte ich euch doch gleich mich zu abonnieren und das Glöckchen anzuklicken, weil dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein Video hochlade. Ich lade im Schnitt ein Video in der Woche hoch, meistens am Dienstag, manchmal am Nachmittag, manchmal am Vormittag, je nachdem wie ich dazu komme. Kann auch sein, dass zwischendurch ein Video kommt, je nachdem wie motiviert ich bin und so. An diesem Tag war es ein bisschen kühler, weil jetzt haben wir um die gefühlte 1000 Grad und da habe ich noch eine lange Hose an und habe festgestellt, mit der Bluse schaue ich aus, als wäre ich schwanger. Nein, ich bin nicht schwanger, ich bin 44 Jahre alt, das ist, die Zeiten sind wir frei, mein Kind ist 22 und wie gesagt, fang in der Früh an mit meiner Küche, das ist das, was ich am Abend, weiß ich nicht, stehen gelassen habe oder was auch immer und muss natürlich das alles in den Geschirrspiel einräumen, wie ihr gesehen habt und dann wische ich meine Arbeitsplatten. Ich verwende dazu großteils die Reiniger von Provin, die habe ich euch vorher kurz in die Kamera gehalten, aber ich verlinke euch auch den Shop von der Sabine unten, das ist eine Freundin von mir, die vertreibt das Ganze und ich finde die Produkte einfach super. Wenn ihr da Interesse dran habt, klickt einfach auf den Link unten in der Infobox und schreibt die Sabine an. Geschirrspieler ausräumen, Arbeitsplatten abwischen, Frühstück machen, das ist der andere Teil meiner Küche, da lasse ich immer alles liegen, meinen Kalender, Rechnungen, Zigaretten, Maßband, ihr seht, da liegt alles rum, auch hier, wenn ich Provin, ich wische immer nur drüber und ich bin ja eine, ich gebe Reiniger drauf, dann wische ich es ab, also reinige es und dann wische ich es nochmal trocken ab. Und was ich auch sehr oft in der Woche mache, ist bügeln. Da war es, Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch nicht ganz top, das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, ich habe da irgendwas im Hals, ich glaube, das ist die Krankenhausluft, die man nicht so gut hat. Nein, ich bin nicht krank, mein Bonuskind ist krank, aber das erzähle ich euch in einem anderen Video. Ja, bügeln. Bügeln, bügeln, bügeln und ihr seht, ich bügelt auch noch sehr viele langärmliche Sachen, also das Video habe ich letzte Woche gedreht, an dem einen Tag, wo es noch etwas kühler war. Sprich, lange Hose und lange Sachen. Ich bügele sehr oft in der Woche und ich bügele so gut wie alles, weil ich mag das ganz einfach und ihr seht, ich bügele auch Bettwäsche. Ja, ganz wichtig, Bettwäsche, Geschirrtücher, außer meine Mikrofasertücher, die bügele ich nicht, weil die darf man ja nicht bügeln. Und ich habe jede Menge Mikrofasertücher, weil ich ja doch hin und wieder was putze und was abwische und deswegen, ja, habe ich halt immer im Bade, die tue ich mir dann immer alle zusammen waschen und danach tue ich sie zusammenlegen, so wie hier gerade eben. Betten habe ich schon gemacht, Hund liegt auch schon am Bett. Badezimmer mache ich auch, das ist aber jetzt nur ein grobes Drüberwischen und es tut mir leid mit der Kameraführung. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen wackelig, das muss ich noch irgendwie rauskriegen. Ich sollte sie vielleicht doch eher aufs Stativ stellen, wenn ich euch das Badezimmer abfilme. Und auch hier sprühe ich es ein, wische ich es ab und dann wische ich nochmal drauf und drüber, quasi polieren. Staubsaugen mit meinem Dyson, das mache ich Vorzimmer und Badezimmer. Und den Flur habe ich da. Und dann gehe ich nochmal mit meinem Spray-Mob drüber, ja. Ich liebe dieses Teil auch. Ich verlinke euch alles, was ich verwende unten in der Infobox. Es sind alle Sachen, habe ich mir selbst gekauft. Es ist kein Werbevideo. Ich habe alles selbst gekauft und selbst bezahlt. Ich bekomme nichts geschenkt oder zur Verfügung gestellt. Und diesen Spray-Mob, der kostet, weiß ich nicht, 25 Euro oder so, ja. Ich habe zwar bei den Rezessionen gelesen, ja, da ist ein Schaß und der ist umgefallen und dann war er kaputt. Jawohl, Leute, was verlangt ihr von 25 Euro? Ja, also wenn er drei Monate haltet, bin ich hochzufrieden. Und auch das habe ich mir von meinen amerikanischen Vorbildern abgeguckt. Diesen Spray-Mob, der ist super, weil ich hasse ja aufwaschen. Dann musste ich noch einen, ähm, meinen Palmkätzchen umsetzen. Das habe ich euch ja im letzten Video gesagt, wo ich, ähm, mein Garten-Video, was ich euch gemacht habe, weil der fällt dauernd um. Der Topf war einfach zu klein. Und jetzt habe ich in diesen Topf unten ein bisschen, ähm, Steinchen reingegeben, so Schotter-Steinchen. Und dann erde und dann habe ich das Ding einfach umgesetzt, weil in diesem Topf, da fällt er jetzt nicht um. Das habe ich ja schon letzte Woche gemacht. Wir hatten auch schon stürmische Tage zwischendurch und er steht immer noch. Ich bin ganz stolz auf mich. Ähm, ja, umgesetzt, wegräumen. Und dann, ah ja, genau, da war ich dann einkaufen zwischenzeitlich. Und diesen Trick habe ich mir auch abgeschaut von der, äh, von der Bowl Full of Lemons ist das. Und zwar die Früchte, so wie ihr sie kauft, gibt sie einfach in ein Chill-Rain. Eine Küchenrolle drunter und in ein Chill-Rain, die halten ewig. Ich habe Erdbeeren, die haben eine Woche gehalten, ja. Also die waren immer noch, äh, waren immer noch gut. Also super war das, ja. Was koche ich da? Ähm, 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 ja, ganz was Einfaches, ja. Ich bin ein Freund von, von schneller Küche. Und da war es, ähm, Eiernockerl beziehungsweise Speckkäsenockerl für meine Mann und mich und für den Kleinen haben wir Eiernockerl gemacht. Vorher mache ich, ähm, Paradeissalat, Tomatensalat. Ich mache immer zuerst die Marinade in die Schüssel aus Essig, Öl, Senf, Salz, Pfeffer, Zucker. Und bei Paradeissalat kommen halt Paradeiser und Zwiebeln rein. Die Zwiebeln habe ich im Speedway gemacht, das war das rote Zeil zum Ziehen. Und jetzt, äh, mache ich auch schon die Eiernockerl. Und ihr seht zwei Pfannen. Die rechte ist für den Kleinen und die große ist für meine Mann und mich. Ich habe da einfach die fertigen, ähm, Eierspätzle oder so heißen die. Kaufe ich da, weil das geht einfach schnell. Das habe ich ja hier auf meinem Instagram-Account gezeigt. Also ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Auch das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt, weil da habe ich natürlich, ähm, meine Daily-Stories und so. Und so, wenn ich einkaufen gehe, mache ich das oft auf Instagram. Damit ihr seht, was ich kaufe und wie ich koche, relativ einfach und schnell. Und bei dem einen gebe ich eben nur die Spätzle rein und ein bisschen Zwiebeln und Eier kommen dann drauf. Und beim anderen ist dann eben, gebe ich zuerst die Späckwürfel rein und dann die Spätzle. Und da kommt jetzt noch dann Käse drüber. Ich bin ein Freund von Mozzarella. Und, ja, was ist denn das? Mittagessen ist das, ja. Und es geht ziemlich schnell. Ihr seht, es ist schon wieder fertig. Und alles ist erledigt. Und wir gehen essen. Und nach dem Essen, beziehungsweise nach dem Essen und noch ein paar Sachen, wird das Ganze natürlich wieder weggeräumt. Ich bin auch, ihr seht, da rechts stehen die ganzen Plastik-Sachen. Ich bin ein großer Mülltrenner. Hallo, ähm, Dosen und Plastik kommt bei uns extra in den gelben Sack. Und ich trenne meinen Müll wirklich. Ich bin ja ganz, ganz militant, sagt mein Mann immer. Aber okay, diese Lade sollte ich mal auszuführen. Ja, und ihr habt gesehen, ich habe vorher diesen Teil der Küche gemacht. Da war alles sauber. Und jetzt muss ich ihn schon wieder machen. Ich mache meine Küche relativ oft. Ähm, das mache ich jetzt mit Alleskönner, auch von ProWin. Aber wie gesagt, alles unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, sagt doch auch bitte in den Kommentaren Hallo und woher er kommt und ob euch das Video motiviert hat. Ich freue mich immer, wenn ich Kommentare habe. Ich lese sie auf alle. Ähm, und ich beantworte einen Großteil der Kommentare. Vor allem, wenn mir Fragen gestellt werden, beantworte ich die natürlich auch. Ja, und dann muss ich die Küche nochmal zusammenräumen. Also ihr seht jetzt ein paar Stunden später schon die Küche wieder aus wie so. Also ich muss meine Küche wirklich drei, viermal am Tag zusammenräumen, weil ich auch beim Kochen, ja, etwas chaotisch bin. Resseln gebe ich natürlich, schmeiße ich nicht weg. Ich bemühe mich, so wenig Essen wie möglich wegzuschmeißen. Ja, das macht mich immer rasend, wenn ich wirklich Essen wegschmeißen muss. Ja, ich hasse Essen wegzuschmeißen. Deswegen schaut mein Mann wahrscheinlich so aus, wie er ausschaut. Weil er hat genug davon, dass ich immer anpflaume, wenn ich sage, ja, ich muss schon wieder was wegschmeißen. Und er bemüht sich immer alles zusammen zu essen. Und ja, jetzt ist er, ja, wir müssen alle ein bisschen abnehmen. Aber, naja, schauen wir mal. Ja, den Geschirrspiel habe ich von vorher schon mal ausgeräumt. Und jetzt räume ich ihn schon wieder ein. Auch meine Spülmaschine rennt zwei, dreimal am Tag, je nachdem. Weil ich eben ständig und mit zwei Kindern im Haus und einem Mann, ihr wisst, ihr kennt das eh. Jeder nimmt sich irgendwas, jeder stellt es irgendwo hin. Und das Weibchen räumt es dann weg. Aber ich mache das gerne. Na, ich arbeite ja von zu Hause aus und das nur halbtags. Jetzt kommt der Gastauftritt. Das ist der jüngere Sohn von meinem Mann. Also mein zweites Bonuskind. Aber der freut sich total, wenn er in den Videos auftaucht. Und deswegen kriegt er gleich was zum Naschen. Was haben wir vorher gesagt? Ja, genau, ich arbeite ja nur halbtags. Ich bin im richtigen Leben Nageldesigner. Arbeite halbtags, arbeite von zu Hause aus. Und deswegen haben wir da so ein bisschen ein altmodisches Beziehungsbild. Das Fräuchen, in dem Fall ich, koche, wasche, putze und bediene meine drei Männer. Also ich habe noch, also mein Sohn ist ja schon 22, der ist schon ausgezogen im Jänner. Und die zwei Söhne von meinem Mann, die sind 11 und 13 im Moment. Und die wohnen natürlich bei uns. Und da fällt schon immer wieder was an mit drei Jungs im Haushalt. Ich bin übrigens das einzige Mädchen. Weil meine Hündin ist ja, die ist ja im April, haben wir die leider einschliffen lassen müssen, weil sie ist schon so alt war. Und jetzt habe ich drei Menschenjungs und zwei Hundejungs zu Hause. Und ich bin das einzige Mädchen. Ich bin so arm. Aber egal, um das geht es ja nicht. Es geht darum, euch zu motivieren. Und ich hoffe, ich schaffe das mit meinen Videos. Ich freue mich, wie gesagt, irrsinnig über sämtliche Kommentare, die ihr mir schreibt. Und versuche auch, alle zu beantworten. Das ist mein Biokübel. Auch da trenne ich natürlich. Und wie immer wird nachher alles drüber gewischt. Ja, ich mache das wirklich drei, vier Mal am Tag. Den Großteil verbringe ich in meiner Küche, wie es sich gehört für die Frau. Ja, Kaffeemaschine tue ich auch einmal am Tag reinigen. Weil wir trinken, wir trinken jetzt nicht so viel Kaffee. Also ich trinke zwei Kaffee am Tag. Mein Mann trinkt drei oder vier Kaffee am Tag. Je nachdem, wie müde er ist von der Arbeit. Und einmal am Tag mache ich meine Kaffeemaschine. Zum Fall jetzt. Und da ist es ja schon, das ist ja schon Nachmittag. Und das ist, glaube ich, auch schon das letzte Mal, dass ich die Küche an dem Tag gemacht habe. Also wenn ich nach dem Essen die Küche mache und nachher kommt noch was hin, ja, dann bleibt es einfach stehen. Bis nächsten Tag. In der Früh hat es ja gesehen, wie in der Früh die Küche ausschaut. Und ja, ist halt so. Da ich eben zu Hause bin, habe ich auch mehr Zeit für das alles. Und ich mache es wirklich gerne. Ich räume gerne zusammen. Und wenn ich mir so Videos anschaue, motiviert mich das. Und ich hoffe, euch motiviert das auch. Der Kanal ist ja noch relativ neu. Das heißt, ich freue mich über jeden Abonnenten, der neu dazukommt. Und wenn ihr da auf Abonnieren klickt und auf die Glocke daneben, kriegt ihr eben eine Nachricht. Wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe es vorher schon gesagt, jeden Insta mache ich das. Vielleicht oft manchmal ist das. Und so seid ihr dann immer am Laufenden. Alle Produkte, die ich verwende, die ich relevant finde, verlinke ich euch unten in der Infobox. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen in den Kommentaren. Fragen beantworte ich immer. Und auf Facebook, auf Instagram könnt ihr mir auch folgen. Habe ich auch in der Infobox drinnen, wo ihr mich da kontaktieren könnt. Diese Creme von Provin, die ist super. Ich weiß es gar nicht, wie es hier ist. Power Cream heißt sie. Weil wenn ihr damit eure Spüle einlasst, also da muss man so ein bisschen mit feuchten Schwämmchen das alles abschrubbeln. Dann abwischen, abspülen. Und das finde ich einfach super, ganz genial. Also ich zeige es euch dann eh noch. Dann gibt es die Kamera hin und dann perle das Wasser wunderbar ab. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen hoch da oder eben Kommentare. Ich beantworte, wie schon gesagt, alles. Ich wiederhole mich heute 27 Mal, aber diese 14 Minuten müssen noch mit irgendwas gefüllt werden. Und am Schluss verwende ich immer noch ein bisschen ätherische Öle in meinen Diffuser. Die habe ich von Terra, damit es eben einfach gut riecht. Am Abend nehme ich immer Lavendel, weil das beruhigt. Passt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Pussi. Bye.